Was machst du hier in Somerville? Ehrlich gesagt, meine Mutter sagt zwar nicht, aber wir sind komplett pleite. Und das einzige, was uns noch bleibt, ist dieses unheimliche alte Farmhaus mitten in der Pampa, das uns Großvater vermacht hat. Oh mein Gott, das ist noch viel schlimmer, als ich gedacht habe. Hab ich im Wohnzimmer gefunden. Wow, ne Mörder-Replika. Replika? Wovon? Einer Geisterfalle? Es gab keine Geistersichtung mehr seit 30 Jahren. New York in den 80ern, wie bei The Walking Dead. Hat dein Vater dir nie was davon erzählt? Gib nur meine Mutter. Mein Großvater ist gestorben. Meine Mutter sagt, wir sind nur hier, um seine Sachen auszumisten. Moment mal. Wer bist du? Nenne es Schicksal. Nenne es Glück. Ich glaube, dass alles aus vorbestimmten Gründen geschieht. Komm schon, Schätzchen. Ein ausfahrbarer Schießsitz? Ein ausfahrbarer Schießsitz? Oh mein Gott. Das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Das ist das Beste, was ich jeden Tag nih. Nein, ich weiß nicht. Das ist das Beste, was ich mir gefallen. Untertitelung des ZDF, 2020